Herr, Frau LinkedIn, damit Sie zukünftig entspannter diesem Newsletter zu vertriebsrelevanten Maschinenbauthemen lauschen können, kommt die Google Cloud Text-to-Speech zum Glänzen. Künstliche Intelligenz zum Hören und Staunen. Ganz nach dem Motto, der clevere Roboter, dein Freund und Helfer im Alltag. Wir meinen, alles wird im Maschinenbau smarter, warum dann nicht auch beim Vertriebs- und Smart-Coach Lars Zimmermann vom Kommunikationsoptimierer.de? Daher kommt der Newsletter demnächst als Podcast auf YouTube. Heute testen wir ein wenig in Ihren Ohren. Hahaha. Hashtag Pimp Deine Ohren klicken Sie demnächst hier und ab.